Ja, hier sind wir jetzt in einem Rosenraten in Harajuku in Tokio. Hier wird Picknick gemacht, hier wird gegessen und getrunken. Läuft alles sehr harmonisch. Sport. Hier kann man auch seine Kräfte messen. Sehr interessant, vermutet man in Tokio eigentlich nicht so. Von unseren Korrespondenten und Journalisten hört man ja oft von diesem Boloch, Tokio. Das hört sich gut an. Moloch, Tokio habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt. Ich bin jetzt zehn Tage in Japan und davon jetzt fünf Tage in Tokio. Also Moloch war nicht dabei.